Das wird spannend, werden wir natürlich weiterhin genau beobachten, Max. Wir schauen in diesem Krieg natürlich immer wieder auf die Front und die russischen Angriffe dort, die Gegenoffensive der Ukraine. Aber es gibt immer wieder auch Drohnenangriffe, zum Beispiel auf Kiew, die Hauptstadt, wo du bist, aber auch andere ukrainische Städte. Welche Rolle spielen die Drohnen in diesem Krieg? Absolut. Kiew wird vor allen Dingen in der Nacht sehr oft mit russischen Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion angegriffen. Und da versuchen die Russen dann eben mit diesem relativ günstigen Kampfmittel möglichst großen Schaden zu erzielen. Der Vorteil ist von Hauptstädten wie Kiew, dass sie mittlerweile recht gut von einer Luftverteidigung umschlossen sind und viele dieser Angriffe eben abgewehrt werden können. Auf der anderen Seite versuchen es auch die Ukrainer. Wir haben es eben schon angesprochen, Sevastopol haben sie versucht, den Schwarzmeerhafen auf der Krim anzugreifen mit einer Drohne. Also Drohnen ein ganz entscheidendes Kriegsmittel. Und die Ukraine hat jetzt eine Initiative auch ausgelobt. Da werden jetzt verschiedene Produzenten dann eben mit Geld versehen, die jetzt dabei helfen, besonders schlagkräftige Drohnen zu entwickeln. Mit zwei dieser Firmen, die daran teilnehmen und die auch schon Drohnen entwickelt haben, habe ich mich gestern unterhalten. Und das Ganze habe ich in einem Beitrag zusammengefasst, den können wir uns mal anschauen. Präzise kundschaften ukrainische Drohnen ihre Ziele aus der Luft aus. Sobald sie eine russische Stellung entdecken, werfen sie ihre Rakete ab. Schnelle Einsätze mit großer Durchschlagskraft. Bevor die Drohnen vom Tübranischer an die Front fliegen, üben sie hier auf offenem Feld irgendwo bei Kiew. Knapp 50.000 Euro kostet eine solche Drohne. Jede Rakete enthält bis zu 2300 kleine Schrapnelle. Doch entscheidend, erzählt mir Max Sobotin von der Produktionsfirma, sei etwas anderes. Wir stellen nicht einfach nur Drohnen her, wir bilden Piloten aus. Denn du musst verstehen, die Drohne ist erstmal nicht entscheidend, sondern nur ein Spielzeug. Der Drohnenpilot macht sie überhaupt erst zur Waffe. Einige Kilometer entfernt im Zentrum der Hauptstadt lagern die Vögel der Firma Jupiter, so nennen sie hier ihre Drohnen. Fast kleinflugzeuggroß wirkt das Modell vom Typ H2, das mit einer Flughöhe von bis zu 4.500 Metern vom Radar verschwinden kann. Mit diesen Drohnen hier können die Ukrainer bis auf mehrere hundert Kilometer ins von den Russen besetzte Gebiet hineinfliegen und die Feinde attackieren. Eine Qualität, die auch ihren Preis hat. Die größte Drohne hier kostet 200.000 Euro. Drohnen spielen in diesem Krieg eine zentrale Rolle. Entsprechend motiviert sind deren Hersteller und wie Denis Lyubchenko stolz auf das, was sie zur Gegenoffensive beitragen. Unsere Jupiter-Drohnen gehören zu den besten und vielleicht sind es sogar die besten Drohnen aller Hersteller in der Ukraine. Dank ihnen sind die Russen am Arsch. Um weitere Unternehmer derart zu motivieren, hat sich eine Initiative namens Mutige Erfinder gegründet. Gezielt fördert die jeden, der dazu beiträgt, der Ukraine in der Luft noch mehr Power zu verleihen. Zu Beginn des Krieges haben wir die Armee mit Spenden unterstützt. Doch uns wurde schnell klar, das ist nicht genug. Denn die Ukraine ist ein Land der Erfinder. Wir haben also eine Plattform aufgesetzt, um Unternehmen zu unterstützen, die wichtige Tools und Waffen für unsere Armee erfinden und herstellen. Denn klar ist auch, jeder Angriff, der per Drohne ausgeführt wird, schützt die Leben von Soldaten, die stattdessen nicht an die vorderste Frontlinie marschieren müssen. Drohnen sind also extrem wichtig in diesem Krieg für beide Seiten. Und deshalb gilt es dort, eben die Lufthoheit auch zu bekommen und da die klügsten Erfindungen zu haben. Die Ukrainer sagen, sie hätten die besten Drohnenpiloten. Die Russen werden natürlich Ähnliches sagen. Klar ist, die Russen beziehen ihre Drohnen vor allem aus China, aber auch aus Nordkorea und zum Teil dem Iran. Und die Ukraine arbeitet mit den europäischen Verbündeten zusammen, um da ein möglichst schlagkräftiges Netz in der Luft aufzubauen. Max, ganz herzlichen Dank für all deine Informationen und deine Einschätzungen nach Kiew. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann geht's, wenn ihr auf der Suche seid.